Hallo, machst du Blumenkosinitze? Heute zeige ich dir die ganz einfache Zubereitung. Und noch ein leckeres Zucchini-Reis. Machen wir anfangen. Eine Tomywasser aufkochen, salzen und Reis ca. 45 Minuten garen. Jetzt schneiden die Scheiben nur 1 cm dick. Oh, alle kaputt. Aber diese kann man nachher brauchen. Und diese lässt. Hacken. Verreiß. Weiter mache ich die Panade. Etwas Wasser. Backpulver. Linke Mehl. Paprika-Purve. Salz- und Pfeffelwürze. Linke Paniermehl. Und die Blumenkosinitze in die Panade geben. Weiter. Paniermehl. Sobald das Reis gar ist, über eine Schieb abgießen. Und abtoffen lassen. Jetzt etwas Öl in den Topf. Rumenkoch. Zucchini. Ca. 2 Minuten rünsten. Gekokt Reis dazu. Mit Gemüsebrühe ablösen. Und Sojasahne. Zucchini. Und noch etwas Tamari. Einer Hefeflocken. Und noch mit Salz- und Pfeffelwürze. Einmal aufkuchen und es reduzieren. warme Behatten. Zu diesem Gericht passt sehr gut unsere Pfeffelsoße. Dezeste und den Verding. Krußbrücke Blumenkosinitze. Mit einer cremigen Leis. Das ist ein wunderschöner Gericht für die ganze Familie. Vielen Dank für die Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.